Die Ausgabe Nummer 272. Ich bin Cody Saren und darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. Wissen Sie, was sogenannte Fast Radio Bursts sind? Nun, das sind sehr mysteriöse kosmische Phänomene, die noch gar nicht lange bekannt sind. Forscher stehen vor einem Rätsel. Was es mit diesen kosmischen Radiosignalen aus den Tiefen des Weltraums auf sich hat, das erfahren Sie gleich. Wenn wir doch manchmal die Zeit zurückdrehen könnten in die goldenen Tage des... Bis zum nächsten Mal.